Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heuchelah und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Todes-Trio und für dieses Achievement müssen wir auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad in mehreren Durchläufen des Affronts, des Herausforderers in den Theater, der Schmerzen jeden der Kämpfer als letztes besiegen. Hört sich einfach an, ist es eigentlich auch. Ihr müsst nur wissen, dass ihr das Ganze auch easy resetten könnt. Heißt, ihr könnt reingehen, haut einen von den Typen als letztes um und dann könnt ihr aus der Instanz raus, könnt mütig einfach resetten und den Boss nochmal umhauen. Ihr bekommt dann zwar für die Woche keinen Loot mehr von den Bossen, aber das Achievement könnt ihr dementsprechend in einem Aufwasch durchziehen. Es ist natürlich auch möglich, dass ihr schon ein paar Kills habt und oder das Ganze auch im mythisch Plus erledigen könnt. Dementsprechend war es bei uns so, dass alle aus der Gruppe schon einen von den Typen hatten, ein paar hatten schon zwei oder das Ganze schon so fertig gemacht, immer mal einen anderen in einem Plus umgehauen gehabt. Und dann haben wir uns überlegt, bei dem haben noch zwei gefehlt, sind wir einfach rein, haben den Boss einmal umgehauen, raus, haben es resettet, nochmal rein. Das dauert keine fünf Minuten, also wenn ihr eben mit einer Achievement-Gruppe drin seid, ist es eigentlich relativ easy einfach einmal zu resetten. Gut, das war es einmal mit dem Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Mich hat es gefreut, der Survivor hat euer Teller. Bis zum nächsten Mal. Ciao.